Vielleicht auch zwischen Realität und Medienrealität oder in jedem Fall sparenübergreifend ist schon der Hinweis. Ich habe hier selber eben kurzfristig drauf geguckt und sehe eigentlich, dass das eigentlich hier im Zweifelsfall der synergetische Konformität ist. Also das sieht für mich eigentlich alles relativ leicht aus und hier werden die Darsteller gleich heraustreten. Hier im Grunde in einem Spannungsfeld zwischen professioneller Darbietung und den Umständen, wie einfach verschiedene Leute anderen Menschen etwas vormachen. Natürlich nicht in einem synergetischen Miteinander, sondern hier glaube ich in so einem wettbewerbenden Gegeneinander. Das versteht auch jeder sofort, das ist das Betriebssystem hier. Also dass wir im Grunde hingehen und sagen, die Wettbewerbenden gegeneinander oder Konkurrenz im Grunde hier versuchen, ihre individuellen Synergien mit den anderen erstmal durch eine Wettbewerbssituation für Beweis zu stellen. Wir können hier direkt als Zensor tätig werden, das ist ein aktuelles Thema. Ich würde mal einfach sagen, dass die Darsteller, ah da kommen sie schon, sehen, also mehrere sind die verschiedenen Darsteller. Vielleicht geht mal hier an die Seite. Also, ich sag jetzt mal einfach, beginnen Sie mit der Darstellung. Das ist ein bisschen wie ein Mensch, das ist ein bisschen wie ein Mensch, denn das ist ein bisschen wie ein Mensch. Also, ich sage jetzt mal, dass in der Darstellung uns in der Darstellung ist, dass die Darstellung aus dem Boden ist. Auch wenn ich nicht mehr so einen, der Darstellung aus dem Boden ist. Amen. . . . Ich will nur kurz vor die Amour. So will die, when the day is easy. 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 ... 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 Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb.